In diesem Film zeigen wir Ihnen den Austausch der Bielstein B3 Luftfeder an der Hinterachse des 5er BMW E39. Halten Sie sich an die im Film gezeigten Anweisungen. Erneuern Sie Luftfedern immer paarweise. Beachten Sie die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bezüglich der Erneuerung von Schrauben und selbstsichernden Muttern und die vorgeschriebenen Anzugsmomente. Für den Austausch der Luftfedern ist Werkzeug und Ausrüstung des Fahrzeugherstellers zwingend erforderlich. Bei Luftfedern handelt es sich um Links-Rechts-Teile. Überprüfen Sie die Zugehörigkeit vor der Montage. Nehmen Sie die Luftfedern aus der Verpackung und kontrollieren Sie diese vor der Montage. Bitte beachten Sie die mitgelieferte Montageanleitung und überprüfen Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum. Messen Sie die Länge der Bielstein Luftfeder und vergleichen Sie diese mit der angegebenen Maximallänge in der Montageanleitung. Vor dem Ausbau der Luftfeder wird die Fahrzeughöhe von der Radnabenmitte zur Kotflügelunterkante gemessen und notiert. Achtung, dies ist nur bei nicht zerstörter Luftfeder möglich. Heben Sie das Fahrzeug an den vom Hersteller vorgeschriebenen Aufnahmepunkten an. Demontieren Sie die Räder. Überprüfen Sie das gesamte Fahrwerk eingehend auf Schäden. Schalten Sie die Zündung aus. Ziehen Sie bei Arbeiten an der Luftfeder stets den Zündschlüssel ab. Demontieren Sie den Kofferraumboden und die darunter liegenden Verkleidungen. Öffnen Sie die Serviceklappe auf der rechten Seite des Kofferraums und entfernen Sie die Sicherungen der Luftversorgungsanlage. Tragen Sie bei Arbeiten am Druckluftsystem unbedingt die notwendige Schutzausrüstung. Lösen Sie die Druckleitung vorsichtig oben an der Luftfeder, bis Sie das Geräusch ausströmender Luft wahrnehmen und warten Sie, bis sich der Restdruck vollständig abgebaut hat. Demontieren Sie anschließend die Druckleitung vollständig und verschließen Sie diese. Achten Sie darauf, die Druckleitung nicht zu knicken, zu verdrehen oder zu quetschen. Demontieren Sie die Steckkupplung und die oberen Befestigungen. Demontieren Sie die Mutter der unteren Befestigungsschraube der Luftfeder am Radträger. Die Luftfeder kann nun entnommen werden. Die Montage der neuen Luftfedern erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Beachten Sie die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bezüglich der Erneuerung von Schrauben und selbstsichernden Muttern und die vorgeschriebenen Anzugsmomente. Setzen Sie die neue Luftfeder ein und montieren Sie die oberen Befestigungen. Montieren Sie die Steckkupplung an der Luftfeder. Der Sicherungsring muss hörbar einrasten. Montieren Sie anschließend die Druckleitung an der Steckkupplung. Beachten Sie hierbei das vom Fahrzeughersteller vorgeschriebene Drehmoment. Achten Sie darauf, die Druckleitung nicht zu knicken, zu verdrehen oder zu quetschen. Heben Sie das Fahrwerk mittels Montagehilfe an und montieren Sie die Mutter der unteren Befestigungsschraube. Beachten Sie die vorgegebenen Drehmomente des Fahrzeugherstellers. Setzen Sie die Sicherungen für die Luftversorgungsanlage im Sicherungskasten ein und schließen Sie die Serviceklappe. Schließen Sie das Diagnosegerät an und stellen Sie die Verbindung her. Befüllen Sie die Luftfeder nach den Vorgaben des Fahrzeugherstellers. Achtung! Lassen Sie das Fahrzeug niemals mit druckloser Luftfederung vollständig von der Hebeeinrichtung ab. Überprüfen Sie den Druckleitungsanschluss auf Dichtheit. Die Dichtheit des gesamten Systems muss unbedingt gewährleistet sein. Montieren Sie die Verkleidungen und den Boden im Kofferraum. Montieren Sie die Räder fachgerecht. Lassen Sie das Fahrzeug bis zum ersten Bodenkontakt der Räder mit der Hebeeinrichtung ab und starten Sie den Motor. Lassen Sie den Motor mindestens zwei Minuten laufen und senken Sie das Fahrzeug anschließend bei laufendem Motor auf das zuvor ermittelte Maß beziehungsweise auf Serienhöhenstand ab. Führen Sie nach Arbeiten am Fahrwerk grundsätzlich eine Achsvermessung durch. Bielstein Drive the Legend